Hallo, ich bin die Solveig und ich begrüße euch herzlich zu Egonsons Fragestunde. Hallo Solveig, ich freue mich hier sein zu dürfen. Wer ist das? Wie alt bist du? Dazu sage ich immer gern, man ist nicht so alt, wie man sich fühlt, sondern man ist so alt, wie man alt ist. Und ich bin 30 Jahre alt. Was machst du beruflich? Ich bin Student, Magisterstudent der Filmwissenschaft, der Politikwissenschaft und der Publizistik. Und ich zähle die Semester schon gar nicht mehr. Mir macht das Studium einfach so viel Spaß, dass ich gar nicht damit aufhören will. Ich halte mich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Da habe ich schon einige gemacht, aber momentan ist es im entferntesten Sinne was mit Medien. Und bin da ganz zufrieden mit. Welchen Sport betreibst du? Da habe ich zwei Lieblingssportarten. Die eine ist Basketball und die andere ist Laufen. Aber das Ding ist, dass ich beim Laufen mir letztes Jahr im Februar das Knie ganz tolle, ich weiß nicht, irgendwie kaputt gemacht habe. So sehr, dass ich nicht mehr, also wirklich unter Schmerzen nur noch gehen konnte. Dann wurde es langsam besser. Kein Orthopäde hat mir helfen können. Ich bin begeisterter Läufer. Habe sogar für den Marathon trainiert. Habe mich schon angemeldet gehabt und wollte den kompletten Laufen. Den halben hatte ich schon mal im Training gelaufen. Und dann passierte das mit dem Knie, weswegen ich jetzt auch die Finger vom Basketball lasse. Weil Basketball spielen so derbe auf die Gelenke geht und ich da nichts riskieren will. Was ist dein Lieblingsfilm als Filmwissenschaftler? Mein Lieblingsfilm als Filmwissenschaftler ist David Lynch's Inland Empire. Woman in Trouble, wie der Untertitel schon schön sagt. Ich lese hier einfach mal den Text vor, der es besser trifft, als ich es je könnte. Mysteriös, düster, albtraumhaft, surreal. Der psychologische Thriller von Kultregisseur David Lynch entführt in die Abgründe des Unterbewusstseins. Und albtraumhaft trifft es, glaube ich, am besten. Es ist ein geliebter Albtraum. Der Film dauert circa drei Stunden und lässt sich nach einer Stunde einfach nicht mehr zugänglich, hermeneutisch. Man kann sich nicht mehr mit dem Film, mit der Story auseinandersetzen. Und das ist dann der Punkt, wo auch die meisten Leute entweder sagen, ist mir zu abgehoben, ist ja kein Film mehr. Oder aber der Connoisseur der Filmkunst sagt dann, okay, ich lasse mich jetzt einfach drauf ein und erlebt dann, erlebt, also Emotionen. Man sieht den Film nicht mehr, man fühlt ihn die nächsten zwei Stunden. Man fühlt den Albtraum dieser Frau mit. Wenn man alles, was David Lynch ausmacht, der ist ja bekannt für völlig abstruse Sachen, wenn man alles, was David Lynch ausmacht, in einen Topf stecken würde und köcheln lassen würde, damit es sich reduziert auf die Essenz des David Lynch, dann kommt dieser Film raus. Wenn ihr mich jetzt aber fragt, was ist dein Lieblingsfilm privat, abseits der Filmwissenschaft, dann ist das auf jeden Fall Zurück in die Zukunft, die Science-Fiction-Komödie von 1985. Der Film hat einfach alles, was ein Film braucht. Action, Witz und eine gute, tolle Story und eine Zeitmaschine nicht zu vergessen. Eine Zeitmaschine ist immer ein großer Pluspunkt für einen Film. Außer natürlich, sie verdummbäuteln die Zeitreise-Geschichte total, was der Film nicht macht. Klar hat er Zeitreise-Paradoxien, aber es ist dem Film nicht abträglich. Worauf ich hinaus will, Zurück in die Zukunft ist jetzt nicht der beste Film der Filmgeschichte, aber wohl der liebenswürdigste. Ich habe den Film als Kind bestimmt, also 10, 20 Mal im Jahr geguckt. Ich gehe davon aus, dass jetzt über, oh Gott, es sind bald 30 Jahre, also, oh Gott, der Film ist bald 30 Jahre alt. Ja, 2015 ist es soweit, da wird Marty McFly hier in unserer Zeit landen und fliegende Autos mitbringen, hoffe ich doch mal. Der zweite und dritte Teil kann man auch gucken, aber der erste Zurück in die Zukunft ist auf jeden Fall mein persönlicher Lieblingsfilm. Nein, ich werde Total War nicht let's playen, ganz einfach deshalb, weil ich bis vor kurzem noch nie Total War gespielt habe. Das bedeutet, ich bin da unglaublich schlecht drin. Total War ist ein großartiges Strategiespiel. Es ist aber leider komplett an mir vorbeigegangen. Ich war immer in meiner Civilization-Welt und hatte da auch totale Scheuklappen auf. Deswegen wäre ich auch in Total War unglaublich schlecht, beziehungsweise ich bin es auch. Ich würde wahrscheinlich auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe gegen den Computer verlieren und das ist nicht schön mit anzugucken. Viel schöner mit anzugucken ist das zum einen bei Günther Shadow und bei General Pilofas. Die beiden kann ich sehr empfehlen. Das sind zwei sehr, sehr gute Let's Player, die eben auch Total War komplett abdecken. Die schaue ich mir selbst an, die Let's Plays darüber gehen und dort Total War schauen. Wirst du mal Anno let's playen? Eher nicht, jein, vielleicht, unwahrscheinlich. Anno nicht, das ist so eine Hassliebe. Ich bin eigentlich ganz großer Fan der Anno-Reihe. Die alten Teile habe ich unglaublich gesuchtet, bis auch der letzte Bauer zum Aristokraten wurde. Aber der neueste Teil, da bin ich nicht so begeistert von. Das hat seine Gründe zum einen eben auch in dem ganzen Online-Gedöns, das von Ubisoft da jetzt drauf gedrückt wurde. Das ist ähnlich wie bei SimCity. Und was ich nie verstehen kann, ist warum diese Grafikanforderungen jetzt so unglaublich groß sind für ein Strategiespiel, dass du die neueste Grafikkarte brauchst, um das irgendwie flüssig spielen zu können. Ich werde irgendwann mal vielleicht Anno nochmal eine Chance geben. Aber wer mich Anno spielen sehen will, der kann das hier machen. Ich werde es verlinken. Ich habe nämlich vor neun Monaten mal einen Livestream veranstaltet und da eine halbe Stunde in Anno reingespielt. Mit Vorsicht zu genießen, der Link. Ich werde ihn nicht öffentlich zugänglich machen, sondern nur hier rüber eben. Und die Qualität, die Bild- und Tonqualität ist eben noch in den Kinderschuhen des Livestreams. Da war meine Stimme sehr rauschig und die Bildqualität auch nicht besser als 360p, glaube ich. Wirst du mal mhm mhm let's playen? Da es immer wieder jetzt Anfragen gibt zu einzelnen Spielen, kennst du das schon? Willst du das let's playen? Was hältst du von XY? Habe ich mir jetzt vorgenommen, die Liste auf egonson.de in meiner Webseite zu erweitern. Das sind es dann nicht nur die Spiele, die ich schon geletsplayt habe, sondern auch die Spiele, die ich vorhabe zu let's playen. Die Spiele, die im engeren Kreis sind als Kandidaten für ein Let's Play. Und bin da aber immer offen für Vorschläge. Also, wenn ihr aber trotzdem die Frage habt, eben kennst du schon und so weiter, könnt ihr jetzt auf der Webseite das einfach nachschauen. Wenn ich es noch nicht kenne, meldet euch. Ich bin für neue Vorschläge immer offen. Und wer redet da eigentlich? Das ist meine Mitwohnerin, die Solveig. Das ist das, was ich aber nicht kenne, ? Das war es. Das war es okay. Vielen Dank.